Ach ne Scheiße, das ist Sumpf. Scheiße. Mein Gott. Scheiße. Wie kann man das nicht unterscheiden? Ja, da sind Lianen runtergehangen und dann hab ich halt gedacht, hm komm. Da sind blaue Blumen und Schweine, die brauch ich nicht. Lol. Ich hab grad ernsthaft wieder mein Boot geschrottet. Jetzt war ich zu blöd eine Crafting Box zu bauen. 16 reicht es? Ne, mal 20 so. So, ein Ersatzboot. Jetzt mal ein paar Schafe schlachten. Nein, jetzt hab ich ein Screenshot gemacht. Fuck. Ah, ein Schwein, auch nicht schlecht. Alter, wie viele Schweine hier sind. Also, ich mach mein eigenes Team, ich bin jetzt so weit weg von euch. Fick dich. Du machst jetzt kein eigenes Team. Creeper. Mach ich auch nicht, das war ein Witz. Äh, dir würde ich es zutrauen. Oh, Creeper. Warte, wie viel Essen verliert man? Oh, geil, geil, da ist so ein Sumpfhaus. Das ist ein Hexenhaus. Oh, Scheiße. Soll ich da bei Nacht hin? Ja, es warnt nichts. Doch, da ist irgendwas drin. Ach, ich ein Pilz. Okay, Juli, wo bist du? Wieso? Weil ich, ähm, nur noch vier Herzen habe, nichts zu essen und mir ein Creeper, drei Sammies nachlaufen. Ah, dich sehe ich aber die Creeper nicht. Äh, ich folge dich, komm. Ich fähre ich mal hier meine Insel aus. Das heißt, du brauchst Essen. Ja, genau. Ähm, ich such grad. Aber die Nüsse schmecken voll scheiße. Äh, wir haben ein Problem, wir haben... Essen. Ja, passt schon, werde ich schon mal in ihn. Ich komm. Ich komme. Ich komme. Schatz, ich rette dich. Hinter dir ist auch noch einer. Also verhungern werde ich zum Glück schon mal nicht. Also wenn du jetzt so weit weg bist, dann tötet die Viecher. Ja, ja, mach ich ja gerade. Hier, Trissi, hier. Danke. Leider haben wir nichts besseres wie Äpfel. Wir haben zwölf Äpfel, Alter. Ja, die sind jetzt auch schon wieder fast weg. Was findet man in so einem Hexenhaus eigentlich? Nix. Nichts. Äh, für was ist es denn da? Einfach, um cool auszusehen. Ja, um damit es dich für was... Um Scheiße auszusehen. Findet man da wirklich nichts ohne Scheiß jetzt? Ne, man findet da nichts. Alter, dann fahre ich weiter. In Hexen gibt es doch auch solche Häuser. Da findet man was drin. Ich sollte eigentlich mal wieder Hexen aufnehmen. Boah, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon bei X300. Dann ist ganz... Okay, 400. X400 und Z637. Ganz ehrlich? Ja. Also wirklich ganz ehrlich? Ja. Okay. Ohne Scheiß, ich bin jetzt gleich bei 500. Ganz ehrlich? Ohne Spaß. 400. 435. Alter Schwede. Okay, die lecken mir meine haarigen Müsschen. Ihhh. 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 Jetzt muss ich... Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht wieder gegen Sonic fahre. Okay, leck. Alter. Bei mir nicht. Ich bin zu weit weg. Was ist das für eine billige Ausrede? Alter, ich bin hier schon bei X300. Ja. Boah. Ich bin runtergefallen. Ich bin einfach vom Stuhl. Überleg mal. Jonas macht die Stimmung wieder kaputt. Alter, ich bin bei 8. Ne, überleg mal, das wäre voll lustig. Ich bin schon bei einer Aufnahme vom Stuhl gefallen, weil das Stuhlbein abgekracht ist. Oh mein Gott. Ist nicht lustig. Alter, bis ich da... Äh. Drissi, bist du wieder oben? Mhm. Weil ich sehe nicht, ob die Karotten fertig sind. Ich wüsste, was ich ein bisschen schade finde an Minecraft. Was? Dass man da die Welt nicht einmal umfahren kann. Und Land, Land, ähm. Oh, Kaktus, Kaktus. Also, was habe ich dem letzten Video geguckt? Nee, nicht Zucker rum. Die Welt hört bei 30 Millionen. Ja, genau. 30 Millionen hört sehr auf. Bei 1.8 kannst du die Grenze sogar vorschieben. Ja. Echt das? So lustig, ja. Lol, warum geht das scheiß Boot nicht kaputt? Alter, jetzt leckt es mir grad übel. Nee, jetzt leckt es grad gar nicht. Alter. So ein Leck habt ihr noch nicht gesehen. Nein. Ich kann mein Boot nicht mal schlagen. Hm. Oh lol, jetzt ist weg. Der ist sicher irgendwo runtergefallen. Ich find ich, ach, ich find das nicht mehr. Ich craft mir einfach ein neues. So, jetzt können wir uns schön Essen machen. Ähm, wohin soll das Enchantment Table? Keine Ahnung. Wo willst du Sinn machen? Ich muss, ja keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall Obsidian unten holen. Ich hätte es unten liegen lassen. Oh, hier ist ne schöne Welt. Schön. Schön. Keine Ahnung. Ähm. Trissi. Ich hatte 30 Level. Echt? Ich hatte 30 Level. Echt? Bist du runtergefallen? Ja. Ich bin runtergesprungen, das was hat mir nicht abgefangen. Guck, ich hab gesagt, ein hohes Wasser fängt ein plötzlich ab. Doch, ich hab's ja vorher auch geschafft. Äh. Ich bin da ja auch schon runter. Ich bin da ja auch schon blöd für alles. Ich hatte 30 Level. Ich wollte gerade Enchanten. Scheiße. Du hattest eh keine Bücher, oder? Richtig nice. Doch, ich hab alle schon gemacht. Oh, Trissi. Oh, Scheiße. Trissi, das würde dich freuen. Oh ja, ich merke Trissis. Ganz ehrlich, ich mach das einfach so, wenn ich... Kann ich mal aufhören, die ganze Zeit ganz ehrlich zu sagen? Ohne Spaß. Ganz ehrlich, ey. Ohne Spaß. Alter, hier findet man ja nix. Oh man. Ganz ehrlich. Ja, aber ohne Spaß jetzt. Ich hab dieses Mal Alter gesagt. Mit der Schnauze. Jetzt mal ohne Scheiß, wo sind die ganzen Sachen hin? Warum? Die sind doch da unten noch. Die sind durch die Wand durchgefallen, Alter. Was? Ja, ohne Scheiß. Was? Oh, wat? Äh, wie das? Frage mich nicht. Okay, Trissi, bist du dir da durchgefallen? Frage mich nicht. Okay. Aber Alter, den Lehm hebe ich jetzt nicht auf. Das können wir knicken. Ich brauch Lehm, Janis. Deine Mutter braucht Lehm. Ich will jetzt nur... Ich will nur diesen verfickten... Lauf einfach mit 16 Diamanten rum. Ich will nur den... Alter! Warte, du hattest 16 Diamanten und bist verreckt. Mhm. Und die sind kurz vor der Lara drehen. Das Dschungel. Das Dschungel. Hoffentlich please. Please. Das muss einfach Dschungel sein. Oh, Manns. Sumpf, ey. Leck mir doch die Nüsschen. Alter, hab ich wieder ein... Ohrenkrebs. Von diesem Ssss. Oh, jetzt blitzt's auch noch. Ja, bei mir so. Alter, mach den Scheiß Regen aus, bitte. Mhm. Ja, okay, ne, lass an. Was? Es blitzt, Mami, Mami. Ja, bei mir auch. Oh, tschü! Alter, der hat grad ein Blitze eingeschlagen und der hat das Gras weggebrutzelt. Mhm. Zeit, wenn nicht das so. schon immer. Wenn der Blitz dich trifft, bist du glaube ich auch tot. Ja, klar. Ernsthaft jetzt? Ja. Weil der ist zwei Blöcke vor mir eingeschlagen. Wow, Trissi! Wow. Aber nicht mit 30 Leveln. Das stimmt. Ich habe überhaupt nicht verzaubert. Ich habe den nur einen Chunk im Level gecraftet. Achso. Das ist voll gut, Alter. Jetzt fehlt nur noch das Portal. Stimmt. Was fehlt jetzt nur noch? Das Portal. Das Portal. Scheiße, nicht. Jetzt ist ruhig. Ja, aber echt. Boah, hier ist wirklich nirgends Dschungel oder was? Will ich mich jetzt verscheißern. Ach was. Ich kann euch mal meine Koordinaten sagen. Ich bin jetzt bei 1700 und 545. Janis, du kommst nie wieder zurück. Doch, ich weiß noch. Alter, wie weit geht es denn da wieder? Alter, wie weit geht es da runter? Ich habe gedacht, du bist auf dem See. Auf dem Meer. Ja, nicht mehr. Ich bin jetzt an Land. Deshalb sage ich ja. Ah, hier hat es Schweine. Die brauche ich. Ich glaube, Janis macht seine eigene Stadt auf. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt mal in Dünn-Map gucken, wie weit der weg ist. Ich das brauche. Ne, leider nicht. Ich bin jetzt mal in Dünn.